ja heute spielen wir mal wieder das minecraft aber heute spielen wir mal fußball und leute vielleicht fährst du den ein oder anderen auf ja ich habe noch mal ein neues herz gekauft weil alles kaputt gegangen ist und natürlich haben wir auch ein bisschen anders an leute und schreibt bitte in die kommentare höre ich mich so gut an höre ich mich schlecht dann höre ich mich vielleicht besser als davor und so weiter leute weil ja ich hatte auch schon ein anderes system getest leute und andere haben gesagt dass ein guter einer sagen ist jetzt schlechter leute ich hab gerne eure meinung kommentare ist das headset gut an oder nicht aber ich würde sagen labern wir immer lange wir fangen direkt mal an ok leute erste runde haben wir den fußball ich glaube leute deutschland ist glaube ich raus ist aus der wm aus der leute aber natürlich müssen wir noch einen für deutschland haben wir noch mal kämpfen ok und da haben wir schon das erste punkt gemacht ich hatte mal ich hab den ball komm 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 lass man also können gehen mal schlagen dann geht das um keinen boost leute wir können aber auch ein und dagegen laufen funktioniert auch ah und natürlich leute haben wir natürlich auch einen doppel jump komm 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 leute ich habe damals ich habe aber durch klein war auch noch ein bisschen fußball gespielt ich habe eigentlich fast immer nie den ball abbekommen weil ich immer entweder am tor stehen muss und dann übelst scheiße war oder ich werde mir nie wenn man zugepasst weil ich nicht richtig schießen konnte aber jetzt werden die alle sehen wie gut ich bin leute könnt gerne einen kommentaren schreiben seid ihr eigentlich zu fußball fans oder so guckte fußball ist mich interessiert fußball eigentlich jetzt nicht mehr so dadurch klein war ja aber jetzt irgendwie nicht mehr so ganz hallo ich werde auch den ball ist das über den diamantrock und 2 0 der digga leute ich schwere er hatte ihn mit einem schuss reingeworfen die ja zwei tor waren aber ich stimmt da irgendwas dann ist und wieder gespielt aber ich möchte auch mal ein tor machen der ball kommt der ball kommt ich habe ihn ich habe ihn ja ich will ich möchte mal nicht mal komm 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 ja habe ich ihn nicht habe ich nicht nur auf dieser diese komische minzkatze da mit mit ich will auch ein tor machen nur einmal nur einmal nur einmal in der geschichte der kekse nein nein ich will mir das noch reinkommt und und ich möchte den ball haben noch 30 sekunden kommen die zahl 5 ist besser als die zahl 4 wird auch mal ein tor noch kommen die hat wie so macht jeder ein tor außer ich noch mal ein tor machen oder 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 noch ein tor noch ein tor geschafft digga oh mein gott der red wins ja nice man die leute da 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 komm 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 die haben ein afk spieler was wieso das gibt es doch nicht egal wieso habe ich gegen die tor stange oben geschossen er hat irgendwie ärgert mich dass ihn gerade selber wann wie kann man nur gegen die tor stange schießen ja wo ist der ball hin oder ich hörte balls an und die spawnt alle da hinten ist er ja der mann eisentor wir haben einen toll gemacht leute und der letzte der ihn berührt hat war dieser komische die leute wo ich damals immer fußball gespielt habe also ich habe nicht im verein gefilmt sondern es ist eine private schulhof so ne ich habe da halt immer richtig krass gefilmt wenn er eine ball hat dann fühlt man immer so richtig besonders genau das ist auch einmal hier wenn ich ein tor schiebe wenn ich mal einschießen würde ja da alles digga was ist lustiger kommen nur ein tor der ist schon wieder der jungen ich schwöre wir sind ja besser als die komplette deutsche mannschaft einer nur fünf irgendwelche die leute die minecraft zocken haben wir noch mehr ein fußball drauf also gab fußball der da guckt das aber ronaldo eh oh mann dieser ball alter der tut sich ja nur auf kai rum hallo leute 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 kommt nein der jetzt hat man team mit dem ball weg macht wo ist denn der ball hin boah digga das das habe ich ja auch ein rocke die ist irgendwie gast ne das ist jetzt schaffst du das andere nicht ein toll zu machen leute können wir hier einen kommentar schreiben ob ihr mal bockt habt da ist mal wieder ein rocke die die mal wieder machen oder nicht schaffst du mein kotter bock darauf habt ok 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 mein ball mein ball die aufer voll ins gesicht geschossen die realtor einer mal hier ja ich habe damals geburtstag gefeiert leute also von freunden halter fußball gespielt sohn ich glaube stasien weil sie mir halt so also diese komplett stasien wo das graf einer blau war digga leute ich habe da zwar bei dem ball so in die fresse aber bekommen ich habe dann so nasenbluten gehabt und überall das war auch so ein grund weil ich kein bock mal fußball hatte oder einfach wieder bluten dann noch aus dem kompletten spiel wieder rauskam komm komm ich muss schnell laufen schnell laufen schnell laufen ich möchte nein digga wer noch hier so was dann boah jetzt kann ich ja noch hier so was dann ein boost macht komm werd ab werd ab das gibt es nicht oder ich weiß immer du kommst der ball hat da hinten england frankreich brasilien spanien kenne ich nicht und ich glaub österreich oder ich kenne mal nur das da ne bulgarisch italienisch ach keine ahnung ich glaube dieses kreuz ist ein niederland oder irgendwie so kurzer flacken erraten trambo komm ich möchte oh man digga was ist denn hier los ok leute einmal im f5 hier mal spielen f5 hier so besser ja 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 leute ich habe ein tor geschafft damit erfüllt wurde sicher sind muss andere best leute nice man die habe ein tor geschossen ich habe nein 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 okay leute diese ohne die rollen haben vielleicht verloren aber ich habe es geschafft mein goldenes tor zu machen wow mir fällt jetzt auch warum wir verlieren guckt mal natürlich sind blauen viel mehr als wir kein wunder dass wir auch verlieren und dass ich der einzige gefühlte auf dem feld bin ja leute das habe ich definitiv verloren aber auch unfaire team abteilung halt eben nicht komm 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 ach der partiker ist ja dagegen nein ja digga von afk spieler hat er noch aufgenommen das gibt's nicht leute das gibt's nicht komm 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 jetzt 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 kann man ja ich hab schon wieder ein tor gemacht leute ja das steht natürlich jetzt unten chat ne jetzt hat ich da wie in blöden 30 sekunden aber zwei tore geschafft leute finde ich oder oder nice wir können es schaffen zu gewinnen das sind nur noch sieben tore die wir machen müssten bei mir begreiften ein auto oder so was ihm gerade geklaut würden wir doch jetzt eigentlich noch mal verlieren werden wir eigentlich raus aus der ja 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 warte hier ff5 spielen kann man dem ff5 spiel oh nein oh ich muss der mann nein boah digga ich denke mal immer dass manche jetzt mal eigentraum machen wollen ne oder schon wieder einer gelieft ach das ist doch nice ja leute wir haben tor gemacht ok nice 1 1 oh nein oh nein oh nein oh nein oh nein boah das können doch also ältiger wirst du nur schluss und die sind zu fünft das könnten wir werden noch gewinnen und ich habe immer wieder bei mir vom tor ist denn was dann nur eine fehler und dann war es dann ja woher leute digga okay jetzt jetzt sind zu viel dafür machte mal weg digga der stadt kommt 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 ja da war es mir ein tor nice mann ey und eigentor wow übelts als ich mal ein tor geschafft habe jetzt seid stolz auf mich komm 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 war ich das war ich das war ich das ich war schon wieder nice mann boah digga guck mal hier ich bin besser als juggelö digga hier leute nächstes jahr übernehmen halt ich einfach mal ähm die deutsche mannschaft habe ich jetzt der neue nationaltrainer also soll nächstes jahr ein kekse über fußball sehen willst du dass ich das bin der geheime kekstrainer ja kommt nicht das noch ein tor sei noch unmöglich jetzt so ein eigentor vielleicht ja aber kein gegnertor mehr aber nice heute rotes team hat schon wieder gewonnen ähm lass mann schon wieder team rot leute aber das kriegen schon gebacken oh und die haben jetzt schon so gemacht nice mann komm ich möchte ball ich möchte ball am ende stehe ich zu weit vorne oder immer zu weit hinten ich stehe nie perfekt und schon wieder ein tor also leute ich hoffe die zone gewinnen auch ja easy komm 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 ja 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 und wird das was wird das was ja 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 was die glücker leute hat um wieder ein tor geschossen was ist denn los mit dem herr ja das war der so reich nice mann alter nein so auch kommt schon das heute müssen wir jetzt aber ja ich sie noch mal gewinnt hier ok die roten haben wieder einen mehr als vier aber da haben wir einen punkt mehr als die ok leute also noch ein wenig weil unser team hat wieder aufgaben stand komm 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 ja nice mann digga nice 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 ich hab ein tor gemacht das heißt alles wird gut komm 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 nein digga die haben doch ein range hier drin um diesen ball im block zu treffen oh mann dieser ball da fliegt ja jetzt haben wir es ja nicht mal wieder geschaut ball auf 12 uhr und ball ok das ist mir das jetzt gerade auffällt warte also guck mal das ist ja schon also weil hier ist das ding blau und hier ist das ding grün guck mal hier hier ist der blau und hier ist so grüne farbe schätzt mir das jetzt auf und in der mitte ist da noch gelb oh man schießt doch den ball weg anstatt den vorm tor zu blazen ah es sind nur ich und er ok Leute einmal so damit er einmal nochmal so was hier zurückgeht zum afk typen moin ah wo ist denn dabei ich sehe jetzt nur mein dickschädel und wir haben noch ein ding geschafft nice mann halt einfach mal naja komm die dürfen nicht noch ein tor machen dafür ja nice 6 tore leute ja wir haben natürlich gewonnen lassen wir euch einfach mal gewonnen ja Leute ich hoffe euch hat das video gefallen schon wie gesagt bitte in die kommentare ob sie meine mikrofonqualität so gut anhört oder schlecht anhört ich finde sie hat sich gut an leute aber ich bin natürlich mal wieder für eure meinung gespannt und leute die jetzt wo wir aber heute gespielt haben nigger da kann ronaldo doch gleich wieder einpacken gehen oder was meint ihr leute naja aber solltest du dann kannst du dich noch keine kostenlosen abo da lasst du sehr gerne auf die glocke da sind keine verdanken diesmal zu überpassen ich war das letzte mal ein like von leute und ähm ja und dem wieder noch einen schönen tag bleibt gesund tschau 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 tschau